Wir haben keine Wahl, Papier ist Papier. Da hast du recht und ich kann sie auch nicht öffnen, das heißt, äh, wir nehmen sie bitte. Was ist das? Was? Was? Was ist eine ungewöhnliche Kandelabra? Na, sagst du was? Okay, dann zurück. Noch mal nach oben gucken. Gott. Ja, ich hoffe doch. Oh. Ich möchte es aber nicht mitnehmen. Ich möchte das Messer mitnehmen. Lässt mich das Messer nicht mitnehmen, was ist denn mit dem? Oh, ich bin zehn Jahre alt, aber trotzdem. Ich wohne mit Messer. Wählen dürfen. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Da ist ein Basement hier. Ich würde wirklich gerne sehen, was da drin ist. Hm. Machen wir gleich. Warte mal, lass mich ganz kurz mal hier hinten. Hm, da. Da ist nichts. Okay. Können wir erst mal das Papier in den Ofen packen? Können wir noch nicht. Okay. Dann nach unten. Ja. Ja. There are still some matches here. Hooray! Hooray! Welthölzer. Das ist nichts, das ist nichts. Mal hier noch was. Es ist eine gute Sache, dass Klav Diyaviktorovna so viel Deutsch taught you so viel Deutsch. Können Sie es übersetzen? Ich versuch's. Ah. 2. März 39. Ulrich hat gesagt, dass wir diesen ganzen Schlamassel im Wald aussitzen können. Wir werden in seiner kleinen Hütte leben und niemand wird uns finden. Ich mache mir Sorgen. 20. April 41. Wir wohnen seit fast einem Jahr hier. Ulrich jagt wilde Tiere. Ich koche und sorge dafür, dass unser Heim möglichst gemütlich ist. Es scheint, als würde der ganze Horror an uns vorbeigehen. Ab und zu holt Ulrich Vorräte in der Stadt. Mein Bauch wird immer größer. Ich weiß nicht, wie wir die Geburt hier bewältigen sollen. Aber mich in die Stadt zu bringen, ist einfach zu riskant. 10. Oktober Es ist schon eine Weile her, dass ich hier etwas geschrieben habe. Eines ist klar. Aber das Leben steckt voller Wunder und Überraschungen. Ulrich hat es geschafft, einen befreundeten Arzt davon zu überzeugen, uns bei der Geburt zu helfen. So hat unsere kleine Anna das Licht der Welt erblickt. Sie ist einfach unglaublich. 3. Januar 1942. Der Winter ist dieses Jahr besonders hart. Ich schaffe es kaum aus dem Bett. Mein Bauch tut weh. Ich zittere. Ulrich ging vor drei Tagen in die Stadt, um Medizin zu holen. Er ist noch nie so lange weg gewesen. Das Kind und ich halten durch, aber es ist nicht einfach. Ich versuche, nicht vom Schlimmsten auszugehen. Ich vermute, er ist nicht wiedergekommen. Sie seien so schön und lieblich. Das stimmt. Kann ich damit noch was anderes machen, außer dass ich es hin und her schiebe? Warum kann ich das hin und her schieben? Fregert es irgendjemanden, wenn Bilder schief aufgehangen sind? Okay, Kerzen, ne Vase, Kaffee! Wir sind gerettet! Kaffee, Ersatzmischung, na gut, ist besser als nix, ne? Hm, ist hier nix. Oh, die sitzt ja da schon. Nicht gesehen. Wollen wir die nicht wecken, damit die wissen, dass wir hier sind? Also ich meine, ich meine ja nur, wenn ich hier im Keller hocken würde und hätte Angst, dass jemand kommt und so, dann würde ich mir vielleicht wünschen, dass die Person, die kommt, mich weckt, damit ich sie nicht aus Versehener schieße. Da vorne ist Holz. Das wird die bestimmt ganz erfreuen. Okay. Äh. So. So. Wir klauen, gehen ihre Dokumente und verbrennen die jetzt. Ich weiß nicht, ob die das so gut findet, echt nicht. Ja. So. 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 Let's do it one more time. Hurray, it worked. Okay. We did it. It's almost like home now. If we could just make some of that coffee. Ja. Mhm. Können wir das erstmal dazu machen vielleicht? Ja. Zack. Oh. Gib her jetzt. So. Okay. Okay. We have a mug. We just need to figure out where to get water. Okay. Damit haben wir jetzt erstmal Wasser. Äh. Dings. Hey, you're pretty good at skating yourself. Sadly, we don't have time right now. Vielleicht sollten wir die Frau fragen da unten. Einer nur. Ist das kein Eimerchen da? Ach. Guck mal. Wir können doch den Schnee nehmen. So. Mhm. Hm. Mhm. Hm. Okay. Okay. Ich warte ja schon. Ich warte ja schon. Okay. Sollten wir der Dame unten nicht vielleicht ab? Ist die Tor da unten? Und er wollte es uns noch nicht sagen? Achso, ich kann nicht nach unten gehen. Ja, das ist richtig. Ich mit heißen Flüssigkeiten in den Schaugerstuhl setzen, ist eine gute Idee, ja. Vor allen Dingen in einem fremden Haus und unten hockt die Mama mit dem Kind. Bis die Soldaten kommen. Ein Brief. Eine herausragend beschissene Idee. Das war's. Das war die Demo von Torn Away. Vielen Dank für das Spiel in der Torn Away Demo. Die Vollversion des Spiels wird Anfang 2023 veröffentlicht. Ich glaube, das kann richtig gut werden. Ich glaube, dieses Spiel kann richtig gut werden. Ausrufzeichen Spiel. Dann findet ihr die Steam Seite. Ihr findet den Trailer, der um einiges mehr zeigt. Ich glaube, das kann richtig gut werden. Forest, Blizzard, Hut. Der Hut, ne? Vielen Dank nochmal für den Key. Atem. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen. Perello Sock. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das kann richtig gut werden. Ich werde es auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Für die Vollversion. Das steht fest. Und dann würde ich sagen, haben wir das. Torn Away ist, äh, die Demo ist beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Ja, an die Leute auf YouTube. Und wir machen jetzt nahtlos weiter. Vielen Dank. Tschüss. vão- Untertitelung des ZDF, 2020